wir hören warum denn nur noch marshmallow skins das ist einfach mal aggressiv schade des daun ja beide daun ja genau da vorne ist er knapp ich glaube abgehauen hey das ist richtig geil warte ne ich glaube da ist niemand ah der mate ist da ganz hinten ich glaube ich muss öfters mit dir spielen schwarze kater lassen wir da hingehen genau drauf schießen schießen kommen weiter schwarze karte macht druck druck sehr gut hey schwarze kater sehr gut gespielt ja was ist das denn für ein oschi ja was ist das denn für ein oschi lass erstmal da hingehen da hinten war noch einer hier hinter mir hinter mir kommt komm kill ihn kill ihn kill ihn kill ihn kill ihn Dinger was war das hier ist noch einer das wird aber kritisch ey ich muss erstmal weg sehr gut da ist noch eine pass auf hinter dir ich glaube der ist tot jawohl ach du scheiße man non vor her kt ich war ich bin da und die runde war so geil man mit 14 15 kills mit 12 kills